Ich als Model befasse mich ja immer viel mit aktuellen Trends, fühlt sich traumhaft an auf der Haut. Die Kraft der Kräuter ist ja auch immer so ein alter und immer wiederkehrender Trend, kennt man seit über 1000 Jahren. Wie lange gibt es denn E-Familienunternehmen schon? Seit 1890 gibt es unseren Familienbetrieb hier in Riedemingkreis in Österreich. Seit damals entwickeln wir hohe Kräuterprodukte nach eigener Rezeptur. Diese Rezepturen wurden immer von Generation zu Generation weitergegeben, aber auch immer weiterentwickelt. Gibt es denn Klassiker, also Produkte, die über die 100 Jahre immer wieder nachgefragt werden? Ja, die gibt es noch und die haben wir noch. Das ist einerseits unser Tannenwipfelsirup mit Spitzwigerich, Tannenwipfel und Thymian, unser altklassischer Hustensaft und weiteres unser Schwedenkräuteransatz, ideal zum Ansetzen von Schwedenbitter nach fetten Essen zum Ende nehmen. Der Sommer kommt ja jetzt. Was kann ich da meiner Haut Gutes tun mit Ihren Produkten? Unser ideales Sommerprodukt ist unser Oliveira Gel mit 97% reinem Blattsaft, ideal für Gesicht und Körper, nach einem Sonnenbrand, für feuchtigkeitsarme Haut oder auch bei Juckreiz im Urlaub. Sehr zu empfehlen. Kräutermax befindet sich ja seit jeher im Ried im Innkreis. Wo kann ich die Produkte jetzt noch kaufen? Außer hier in unserem Shop haben wir über 100 Partner in Österreich im stationären Einzelhandel, wo sie unsere Produkte erhalten. Und natürlich auch bei Amazon. Dort konnten wir in den letzten Jahren sehr viele neue Kunden für unsere Produkte begeistern. Herrbiton. Bis zum nächsten Mal. Okay. ард